Willkommen zurück zu einer wahrscheinlich sehr beschissenen Folge von Monster Hunter Stories. Ja, und ich weiß auch gar nicht, wie ich anfangen soll. Ich meine, wir stehen jetzt im Dovan Bergwerk. So weit, so gut. Wenn wir nicht vorige Folge am Hafen noch in Gilderrand gestanden hätten. Was ist passiert? Ich habe ungefähr zwei Stunden aufgenommen, also es sind auf jeden Fall zwei Folgen draus geworden. Zwei, wie ich finde, sehr gute Folgen, weil das einiges passiert, Stimmung war gut und wenn ich jetzt auch schon wieder dran denke, ich meine, ich habe die Sachen aufgenommen, das Einzige, was ich sehe, ist halt meine Tonaufnahme und ich habe tatsächlich es nicht geschafft, den Bildschirm aufzunehmen. Wie auch immer das passieren konnte, ich weiß nicht, ob mir das bei einem DS-Spiel überhaupt schon jemals passiert ist. Wenn ja, kann ich es meistens retten, weil du ja noch einen alten Spielstand laden kannst. Und hier ist das Blöde, du wirst ja in regelmäßigen Abständen gefragt, hey, willst du deinen Spielstand speichern? Und man drückt ja da automatisch immer auf, ja, und es ist alles weg, es ist einfach alles weg. Ich kann das, was bis hierhin passiert ist, nicht mehr zeigen. Es ist so blöd, es ist so ärgerlich. Ich könnte, wie man immer so schön sagt, ich könnte heulen. Ich könnte tatsächlich heulen und das tut mir auch wirklich verdammt leid, denn es sind ja auch coole Sachen passiert. Wir haben unseren Rathian wieder gefunden. Unser Rathian, der uns beschützt hat, der hat das Dorf angegriffen in Gildegaran, warum auch immer. Es gab keine Erklärung dazu, Reverto ist dazwischen gesprungen, wir haben den Bindungsstein nach oben gehalten, der hat sich sofort an uns erinnert und wir konnten mit dem abhauen. Dann haben wir den Fliegeskill bekommen. Ja, wir können jetzt fliegen, wir können jetzt mit unserem Rathian tatsächlich durch die Kante fliegen. Hier, das ist er. Wo ist er? Ratter. Der heißt auch Ratter. Ist Level 20 von vornherein und der hat auch seine Narbe am Auge. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Wir können doch mal hier versuchen ranzugehen. Ja, hier, nice, oder? Das ist so cool. Und ich könnte richtig kotzen, dass das nicht aufgenommen wurde. Mann, das ist... Und wisst ihr, was auch blöd ist? Ich habe hier auch den ein oder anderen Pugi gefunden und ich wollte ja ein Special machen. Da ich das aber auch nicht aufgenommen habe, kann ich das Special ebenfalls vergessen. Das heißt, es wird kein Video geben, wo ich zeige, wo alle 100 Pugis sind. Und da könnte ich erst recht kotzen. Das ist so eine richtig beschissene Auskotzfolge jetzt gerade. Es ist eine Stunde ungefähr her, aber ich habe es immer noch nicht überwunden. Und jetzt überlege ich, ob ich überhaupt das, was ich jetzt quatsche, hochlade. Weil so verkraut man ja seine Zuschauer. Aber ich muss, ich muss, ich muss das ansprechen. Ich muss das irgendwie erwähnen. Ich muss es einfach kurz erwähnen, dann komme ich da endlich dran vorbei. Und dann mache ich das lieber jetzt, weil jetzt sind die Emotionen eben noch da. Mann, das ist aber... Vor allem, wie konnte das passieren, dass ich hier... Und es gibt ja auch Spiele, da kannst du ja zumindest noch im Menü gucken, dass du zumindest die Cutscenes dir nochmal angucken kannst. Wenn das zumindest noch wäre, dann könnte ich euch das zumindest zeigen. Und jetzt fangen wir hier einfach so in irgendeinem Bergwerk an. Keiner weiß, was passiert ist. Das ist... Das ist beschissen. Das ist einfach beschissen. Und das tut mir leid. Aber ich kann es nicht ändern. Ich kann es einfach nicht ändern. Ich habe jetzt ungefähr 43 Stunden auf der Spieluhr. Und ihr könnt euch vorstellen, dass ich null... Überhaupt gar keinen Bock habe, hier nochmal von vorne anzufangen. Und vor allem die ganze gute Stimmung ist dahin. Ich habe jetzt das Bedürfnis, auch mit dem Projekt einfach aufzuhören, das beiseite zu packen und wirklich irgendwas anderes zu machen. Weil mich das gerade extrem annervt. Ich hoffe, dass sich das dann auch irgendwie legen wird. Aber deswegen wird die heutige Folge auch erstens nicht so geil. Und zweitens wird sie eben auch nicht so lang. Weil... Ich habe... Mir fehlt jetzt echt gerade die Lust. Aber machen wir das Beste draus. Machen wir einfach das Beste draus und... Ach, machen wir uns das Schwor. Du kannst ja eigentlich das Beste draus machen. Das Beste draus machen heißt, du kannst es noch irgendwie mal von vorne starten und dann nochmal alles zeigen. Aber ich müsste alle Pugees neu sammeln. Ich müsste das auch alles wieder neu aufnehmen. Also die Pugees. Für Special meine ich. Bis zur Story zu spielen, dürfte vielleicht gar nicht so schwer sein. Könnte man... Ich weiß nicht. Hat das schon mal jemand probiert? Durchwaschen? Vielleicht ist man hier innerhalb von... Ein paar Stunden durch? Wenn man alles skippt? Ach nee, dann muss ich aber auch alle Monster wieder sammeln. Oh nee, das mache ich nicht. Also egal was passiert, das mache ich auf keinen Fall. Es ist einfach ein klassischer Griff ins Klo. Dann was da sonst noch so passiert. Ich habe in der Zeit meine... Erste Waffe aufstärken können. Und zwar auf Max. Das ist die Ausrüstung hier. Stufe 5 ist wohl das höchste. Und das Schöne ist hier. Die kann man sogar noch weiter auf Maxen. Man braucht dafür aber Materialien von einem Diabolos Plus. Ihr kennt es noch von den normalen Monster Hunter Teilen. Das sind dann immer Monster, die es im Endgame gilt. Also stärkere Varianten. Das ist auch cool. Ein weiterer Grund zur Freude. Aber das war jetzt hier so wirklich mittendrin... Oh, ey, es ist... Oh, doppelt hart. Das trifft also... Das trifft mich schon wirklich derbe. Es ist ein richtig starker doppelter Schlag direkt ins Gesicht. Mann, ey, die ganze schöne Zeit, die auch für... Die Specials draufgegangen sind. Alles dahin. Es ist einfach mit diesem einen Fehler komplett dahin. Und ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wo der Fehler liegt. Weil die Aufnahme ist genauso gestartet wie immer. Du drückst eben auf einen Rekordknopf. Prüfst, ob der Rekordknopf eben angezeigt ist. Und meiner Meinung nach war er angezeigt. Und du prüfst, ob eben die Stimmaufnahme funktioniert. Hier wird er permanent angezeigt. Und da das meiner Meinung nach alles so funktioniert hat wie immer... Habe ich die Sachen auch aufgenommen. Aber... Tja. Shit happens. Shit happens. Mal gucken, wo wir hinkommen. Und... Ich werde das Video dann... Morgen noch hochladen. Ja, damit ihr die ganze Misere euch dann auch direkt mal anschauen könnt. Und... Oh, wie lange das auch dauert, ehe man über so eine Sache hinweg ist. Ich meine, an und für sich... Ich meine, es gibt... Es gibt... Es gibt so viel Schlimmeres. Ich meine, es gibt Kinder, die ihre Eltern verlieren. Es gibt Obdachlose und so weiter. Ich meine, ich mecker rum, weil die hier irgendwie eine Aufnahme nicht funktioniert hat. Aber... Ja, so ist das Leben. Ja, ich meine, das sind so Momente, da... Kann man mich eigentlich eher auslachen. Weil es gibt wirklich einfach viel, viel Schlimmeres im Leben. Ja, das ist auch so. Das ist mir auch durchaus bewusst. Aber wenn du halt Gamer bist und dir sind halt solche Sachen wichtig... Ich weiß nicht, was man das vergleichen kann. Stell dir einfach vor, du hast irgendein Hobby, was dir extrem wichtig ist. Und die ganze Zeit, du rein investierst in dein eines Hobby. Keine Ahnung, vielleicht macht es dir Spaß, fremden Leuten die Fußnägel abzuschnippeln und dir diese Fußnägel zu sammeln. Ja, in mehreren Ein-Kilo-Ukanistern. Und du hast Freude daran, dir diese Fußnägel-Sammlung anzugucken, weil du dir in deinem Regal wie andere Amiibo-Figuren drinstehen hast. Und dann ist irgendwann einfach mal deine Fußsammlung weg. Ja, da könntest du kotzen. Und andere Leute, die das sehen, die würden auch kotzen. Ja, so ist es. Ja, es ist so heiß, was ist hier los? Es ist auch Lava. Du machst so Witze, kein Wunder, es ist hier so koschlich warm. Wir müssen Vorbereitungen gehen, die hier zu treffen. Ja, Überhitzung. Wir müssen einen Kühlungstrank nehmen und dann ist auch gut. Habe ich ja auch gerade gemacht. Und ja, storytechnisch, wir haben echt... Wir haben richtig viel verpasst. Wir haben so richtig viel verpasst, wo ihr auch mal richtig schön reinschreiben könnt, wie scheiße das gerade ist. Und ihr habt recht, ihr habt einfach mal verdammt recht, das ist scheiße, es ist mega scheiße. Und vor allem die Szene. Mann, ich erinnere mich so, 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 so gern zurück, wie unser Ratter wirklich angeflogen gekommen ist. Das sah so cool aus. Und wie Riverto noch dazwischen gesprungen ist. Weil die anderen Dorfbewohner, ich meine, unser Ratter hat ja das Dorf angegriffen, wir wissen ja nicht warum. Und die anderen wollten den natürlich erschlagen. Wir haben uns dazwischen gestellt, weil wir haben ja die Narbe am Auge gesehen. Das war ja die Narbe, die er bekommen hat, weil er uns beschützt hat. Und Riverto hat es gecheckt. Der hat sich für uns eingesetzt. Und wir wissen auch gar nicht, was mit Riverto ist. Normalerweise müsste der als Dorferräter dastehen. Ja, hätten wir alles schön sehen können, wenn der olle Let's Player es geschafft hätte, diese zwei Folgen auch erfolgreich aufzunehmen. So, den Text habe ich jetzt nicht gelesen. Ich bin in Gedanken noch beim, äh, beim Ratter. Oh, was nun? Lorenfahrt? Haben wir jetzt echt eine Lorenfahrt? Ich dachte jetzt gerade, jetzt kommen wir hier zu so einer Art Minigame. Das wäre cool. Wo wir ein paar bestimmte Knöpfe drücken müssen, sonst müssen wir wieder vom Startpunkt anfangen. Rangierbahnhof. Aber das Setting sieht ziemlich cool aus. Ja, ich meine, das, was wir jetzt machen, ist, denke ich, klar. Ich werde jetzt hier versuchen, so schnell es geht, zum, zum Boss zu gelangen. Wenn ich denn hier richtig lang laufe. Ach, guck mal, hier ist die Abkürzung. Das ist der Fels, den, äh, das Dorf gerne weghaben möchte. Da müssen wir eine große Fassbombe hinsetzen und dann können wir nämlich dann auch zukünftig von dort lang. So, und hier komme ich nicht weiter. Da komme ich nicht weiter, da ist eine Wand. Ich weiß nicht, ob ich mit meinem Raddach hochfliegen kann. Oder ob ihm das zu heiß ist. Aber unten ist ja erstmal der Questmarker. Naja, dann, dann, äh, mal sehen, wie sich mein Gemüt auch beruhigen wird. Vielleicht kriegt er wieder Bock. Vielleicht ist das auch alles gar nicht so schlimm. Na ja, doch, finde ich schon, weil ich hätte schon gerne dieses Special gemacht, weil dieses Sammeln von 100 Pugis, das ist ja, das hilft ja immer anderen. Und das jetzt einfach mal die ganzen Pugis weg sind, das ist einfach... Ja, wobei, es ist nicht ganz... Unmöglich. Ich überlege gerade, ich könnte ja trotzdem an die Orte gehen, wo der Pugis gewesen ist. Weil ich weiß ja die Orte noch aus dem Kopf. Dann habe ich eben ein paar Stellen, wo ich den Pugis nicht zeigen kann. Ist zwar jetzt nicht so optimal, aber es ist trotzdem nicht völlig unmöglich. Ja, ich glaube, das mache ich. Das ist nicht völlig unmöglich. Sieht zwar dann blöd aus in dem Video, aber das ist, äh... Ja, mal gucken. Mal gucken, dann lasse ich mir noch was einfallen. Aber mit der Story ist trotzdem ein bisschen blöd. Ja, da drüben ist noch jemand. Wer mich beobachtet... Ja, die kennen wir ja schon. Die haben ja hier die Fake-Bindungssteine verkauft. Das sind auch die, die die Monster in Mechamonster verwandeln. Mh, was? Garnepiernerk-Aqua? Nein, Mist! Wo kommt denn ihr zwei her? Mh, ha, sieben Monate recht. Du und der Doktor habt dich ja hier echt verkrochen. Wozu wollt ihr die Monster dieses Mal zwingen? Bestimmt zu nichts Guten. Dafür leg ich meine Pfote ins Feuer. Mh, hihihi. Ah, ihr versteht uns ganz falsch. Wir planen nichts Schockisches. Versprochen. Schau mir die von den Augen. Nun, können diese Augen lügen. Ich bin die Aufrichtigkeit in Person. Ehe, he, he, he. Irgendwie sehe ich das überhaupt nicht. Ja, ja, ja. Was ist da unten? Ich, ich, ich muss weg. Ja, das da ist. Ne, was zum Dämonio? Hier, komm zurück. Ich bin die Pfotenpartnerin. Lass ihn nicht davon kommen. Jahre den Assistenten. Assistenten. Im Bergwald läufst du Mannelgas Assistenten über den Weg. So wie Kapitänin Simone es gesagt hat, sollte das Versteck des Doktors gleich da hinten sein. Also jahre den Assistenten. Ja, ich meine, ich kann ja eh erstmal nur in eine bestimmte Richtung laufen. Ich weiß nicht, ob das dann als Jagen zählt. Ist ja eher so ein Verfolgen und dann in die Enge treiben. Und hier haben wir direkt mal die nächste Logan-Fahrt. Na, ich meine, ich folge trotzdem erstmal nur den Questmarkern. Ich weiß nicht, ob man, ob man noch hier irgendwas beeinflussen kann, aber ich meine, wenn der Weg jetzt hier stupide vorgegeben ist, dann brauche ich ja nur gucken, wo der rote Punkt ist. Kann ich hier irgendwas beeinflussen? Ne, oder? Ich, 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 ich glaube nicht. Ach, jetzt sind wir von der anderen Seite rübergefahren. Verstehe. Dann müssten wir jetzt ja alle Wege abgekreuzt haben. Ja, abgekreuzt. Und hier geht's dann wohl wieder eins weiter nach unten. Nicht, dass dieses Bergwerk so enorm groß ist, dass aus meinem, komm, spielen wir's mal kurz durch, ein, ein weiterer Zwei-Stunden-Part wird, den ich... Ne, diesmal läuft die Aufnahme. Kann ja sein, das kann ja sein, dass hier schon wieder irgendwas schiefläuft. Vielleicht läuft ja auch die Stimmaufnahme nicht. Was mache ich denn dann? Kurz abgeklärt. Also die Tonaufnahme, die scheint zu funktionieren. Ja, deswegen hier eine kurze Unterbrechung. Und wir haben auch hier den, den nächsten Katzerwarnstand erreicht. Ja, wir haben dich, meine Agier. Ja, ich habe nicht erwartet, dass ich jetzt so weit schaffen würde. Und nun, furchtend, nein, schon wieder an meiner Forschung rum. Aber eure Pläne wurden nicht kreuzt. Ja, 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 hier ist die Intention, soll ich ausweglos los? Juck, 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 juck. Wichtige Sache muss man zweimal sagen. Okay, er hat schon mal irgendein Ass im Ärmel. Vielleicht hat er ja den Agnactor auch irgendeine Milcha-Ausrüstung verpasst. Das ist aber kein Monster, oder? Dieser Stein, das ist der gleiche, der den Eingang blockiert. Man, Agier, warum auch immer er dieses Bergfall eingenommen hat, ist es definitiv eine schlechte Nachricht für uns. Wir müssen etwas geben, dieses Stein zu unternehmen, ehe wir ihn aufhalten können. Wie ist denn der jetzt reingekommen? Ich dachte, der, 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 der kann hier nicht rein. Der hat auch gemeckert, dass der, der Weg blockiert ist von dem Stein, oder dass der auch jetzt uns gefolgt, den zweiten Eingang? Oh, junger Weider, du bist okay. Ja, wir sind nicht hier reingekommen. Ja, ich weiß nicht warum, aber der Stein, der den Eingang blockiert hat, verschwand ganz plötzlich. Ach, da haben die nur einen. Das heißt, die haben nur einen Stein, das ist genau der, der den Eingang blockiert hat, und der ist jetzt hier eben vor uns. Naja, der Doktor muss ihn bewegt und ihn hergebracht haben. Äh, der Doktor? Was denn für ein Doktor? Er ist ein Kriminaler, hinter dem die Autoren her sind. Uns ist es gelungen, ihm bis hierhin zu folgen. Er muss irgendwo unter dem Stein sein, aber wir können ihn nicht bewegen. Ihr braucht eine große Fassbombe. UG. Ja, das wissen wir schon. Das hat ja der Dorfchef hier auch gesagt. Alles, was ich brauche, um ihn zu bauen, ist ein Flammstein. Hm, hörst du das, Partnerin? Finde einen Flammstein und wumms, ist der Weg zu Mann in die frei. Storyquest wurde aktualisiert. In der Feline-Siedlung könnt ihr euch den Flammstein schnappen. Um zur Siedlung zu gelangen, müsst ihr am Rangierbahnhof die Lore von Gleis 1 nehmen. Ihr müsst ja doch die Weiche umlegen, bevor ihr in die Lore einsteigt, um dessen Bestimmungsort zu ändern. Ich habe euch die Weiche auf der Karte eingezeichnet. Und er wird hier ein paar Vorbereitungen treffen. Ja, ihr könnt euch vorstellen, dass ich jetzt momentan wirklich null Bock habe, hier irgendetwas durchzulesen. Ich will eigentlich eher hier das Spielgeschehen pausieren. Und wisst ihr, was wir machen? Bevor ich hier die schlechte Stimmung mit rübernehme in das weitere Story-Verfahren, gibt es hier mal einen Schnitt. Denn es bringt ja keine Punkte. Ich wollte wirklich das nur kurz hochladen und dann euch sagen, warum die Dinge sind, wie sie gerade sind. Weil ganz einfach alles nicht funktioniert hat. Und ich werde hier nicht weiterspielen, weil das ist für das Let's Play absolut nicht gut. Deswegen nochmal, es tut mir wirklich verdammt leid, dass wir hier keine coole Folge haben. Oder, dass die Story nicht durchweg vernünftig erzählt wurde, weil ich einfach anscheinend viel zu blöd bin, die ganzen Sachen aufzunehmen. Ja, ärgert mich. Es ärgert mich doch immer noch. Und das ist jetzt schon ein bisschen Zeit vergangen. Das ist... Ich komme da so schnell, glaube ich, nicht drüber weg. Aber gut, ich werde mich versuchen, ein bisschen zu beruhigen. Das Spiel packe ich auf jeden Fall weg, weil ich will das nicht sehen. Ich will ja auch nicht weiterspielen. Die Lust auf Monster Story ist mir schon enorm vergangen. Das war die Special, habe ich vorhin kurz angeschnitten. Ich mache es vielleicht dann doch so. Vielleicht auch nicht. Irgendwie ist der Gedanke schon ganz cool. Auf der anderen Seite ist es aber schon auch blöd, weil wenn du halt alle Pogis zeigst und da fehlen halt drei, da wo du nur eine leere Stelle halt dann zeigst, das ist auch irgendwie blöd. Das gefällt mir nicht. Es muss perfekt sein. Es muss einfach perfekt oder zumindest normal. Normal, dass man alles erkennen kann und deswegen finde ich die Idee zwar gut, aber irgendwie auch scheiße. Da muss ich also wie gesagt nochmal sehen, ob ich das mache und wenn ja, wie ich es umsetze. Ja, das war es für den heutigen richtig krassen Monster Hunter Story Part. Und wer Bock hat auf eine neue Folge, der muss einfach einschalten. Ihr habt ja gesehen, wie cool die Folgen sind. Richtig geil, oder? Ich habe es richtig drauf. Ja, wird übrigens dann auch morgen der Grund sein, warum die morgige Folge wieder mal nicht kommt. Da ich zwei Folgen verpatzt habe und hier so eine Notaufnahme gemacht habe, wird natürlich morgen der Part ebenfalls ausfallen. Tja, tut mir leid. Das tut mir dann ebenfalls leid. Wenn es kommt, dann richtig. Aber trotzdem, ich sage ade. Vielen Dank für dieses notgedrohende Zugucken. Falls noch irgendjemand aufbauende Worte hat, immer rein damit. Lese ich gerne und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Part, wenn wir hier irgendwelche Weichen legen. Also, Rignauen und Tschüss. Rignauen und Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020